Wetterwolken, 22 Grad, Sprengung des Maler Goliath in wenigen Minuten, Sperrungen und Stau. Zeig mal, was hier los ist. So, ich bin jetzt auf dem Weg hier zur Strengung vom riesigen Goliath. Man hört es hier auch im Radio. Eric, schwenk mal rein, Radio. Ja, alles klar und jetzt wieder hier. So, ich versuche natürlich jetzt hier, ich mach mal leiser. Eine sehr gute Stelle zu finden, wo ich den Goliath richtig gut filmen kann. Ich habe mir vorgestellt, ich werde einige Detailaufnahmen machen von der Sprengung und werde versuchen, in das Gebäude hinein zu gehen und von da aus innen aufzunehmen. Natürlich ist dieses Unterfangen unheimlich gefährlich und ich werde auch versuchen, da heil wieder rauszukommen. Aber ich habe damals den alten Trick gesehen von David Copperfield und auch er hat ja im Moment Schnitt, er ist ja in so ein Gebäude reingelaufen. Auch dieses Gebäude wurde in die Luft gesprengt und ich bin beinahe vom Baum gefahren. So, wir versuchen natürlich jetzt hier irgendwie drumherum ins Gebäude hinein zu kommen. Musik 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 So, ich befinde mich jetzt hier am Goliath und versuche jetzt durch einen Kellereingang ins Gebäude hinein zu gehen, um da von innen ein bisschen was zu filmen. So, ich befinde mich jetzt im Keller vom Goliath und werde jetzt eben meine Kameras platzieren. So, ich versuche jetzt hier diese Kamera in den Raum zu platzieren und dann die Sprengung von innen zu filmen. Ich glaube, ich habe noch fünf Minuten, hoffe ich mal, und werde das Ganze nun verbinden. Ach du Scheiße. Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist mein, ey! Ohohoho! Verstaunlich, ey! Wahnsinn! 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 fucking se plotieren Untertitelung des ZDF, 2020